So, da bin ich wieder. Keine Ahnung, vielleicht wird mal nicht aufgegeben, wenn ich mit Necklaufsteck spiele. Oder Ahnen gewann, wie sie im Deutschen heißen. Aus diesem Grund spiele ich halt lieber gegen Leute, die ich privat kenne und noch in Skype und so habe. Weil bei denen weiß ich, die kommentieren mit. Die geben nicht auf, sobald sie irgendwie ein Viech finden, was sie nicht mögen. Und weil ich finde, aufzugeben, auch wenn man weiß, dass man nicht gewinnen kann, finde ich so oder so scheiße. Also ich meine, da sollte man doch wenigstens genug Kämpfergeist haben und bleiben. Finde ich das zumindest. Naja, was soll ich sagen, ne? So, wie gesagt, Necklauf angewandt, Ritual. Muss dazu eigentlich nicht mehr viel sagen. Immer noch finde ich es interessant. Der originale Tricola ist verboten. Ähm, während aber diese Tricola-Version erlaubt ist. Fragt mich nicht, warum. Es ist einfach so. Na, was ist denn? Ähm, ich hebe mir die erstmal auf die Karten. Wann der... Wann der... Wann, ja, klar. Ich will halt noch mehr, äh, Zeugs auf der Hand haben. Und dann komme ich mit den beiden Karten und dann geht das ab wie Schmitz Katze, Leute. Ähm. Er spielt eine Feuer-Formation Tenki. Also Ungeheuer. Bzw. Ungeheuer Krieg oder Ungeheuer Krieger. Da fehlt das, äh, ER. Naja, kann passieren. Ähm, Bruderschaft der Feuer-Faust. Ja. Ja. Hahn, okay. Äidwur, Alter. Äidwur, Hahn. Tenki, wieder umgedreht. Aha. Ne, nicht wieder umgedreht. Ist ne neue. Okay. Hm. Ja. Ja. Genau. So. Ähm. Hier gehe ich hin auf was. So, dann könnte ich... Ähm. Oh ja. Mal den wegschmeißen. Weil dann kann ich nämlich... Den. Und den hier holen. Okay. Ähm. So, den hier noch. 1,5. Das heißt... Ich greife ja mal mit dem hier an hier. Und hier nochmal mit 1,2. Und hier mit 1,5. So. Und meine Regegen habe ich auch noch in Reserve. Ja, deine Feuerformation. Junge. Was willst du damit machen? Junge. Kann ich mal Musik anmachen hier? Ja. Nice, oder? Ja, Mann. Nein. Hallo. Hallo. Außerhalb. Außerhalb. Uncool. Uncool. Ihr protestiert des... Ähm. Nein, ich protestiere sehr schwach dagegen. Na gut. Da muss ich wohl gleich mal äh. 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 Da muss ich wohl gleich mal äh. 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 1,6. Okay. Das heißt, ich muss ein bisschen was stärkeres drauf klatschen. Äh. Äh. Ähm. Ja, ist gerade ungeil. Ich bring's doch mal. Einfach nur, damit ich mal hier ein Damage ran klatschen kann. Und damit kann er mir grad nicht gefährlich werden, wenn ich dran bin. Das ist keine Ahnung. Kann ich grad leider nicht beschwören. Ein Sex. Das ist... Uncool. Kann man was schwächeres holen. Ich hab Angst um ein Monster. Der ist doch so ein alter Mann. Tut dem nicht weh. Sein Herz ist schwach. Sein Rücken alt und gebrechlich. Äh. shoah. Sam. Ab. Jaaa, willst du noch mehr Feuerformationen? Oh mein, Tenzu, Tenki, Tenzu. So, um... Die bitte? Na? Auf den Friedhof hätte ich gerne die. So. 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 So, einfach weil ich es kann. Ah, die Musik ist auch schön. Ja, äh, was machen wir jetzt? 2, 3, 2, 3. Ähm. Hm. Hm. Wo muss man den? Und den weg. Und die. So. So. Dann würde ich gerne mal den erstmal weggeräumen. 3, äh, 2, 3. Jetzt die Frage. Oh. Ja. Ja. Das riskiere ich. So. Done. Dann. Ja. Ja. Ein interessantes Duell, muss ich sagen. Was kommt jetzt? Oh. Nicht der. Ach du Scheiße. Ja. Na gut. Seinen Effekt kann er nicht nutzen. Solange. Ja. Solange ich... Na gut. Aber egal. Äh. Lassen wir das. Ähm. Yay. Genau. Die Karte, die ich nicht brauchen kann gerade. Geil. Äh. Das hilft mir auch nicht viel. Ähm. Jo. GG würd ich sagen. Schade. Hätte ich mir halt nur zu, ähm. Ähm. Äh. Na. Oh. Ich schalt euch das. Äh. Nicht nur. Nichtn. Dreh. Ja. Ne. Was ist? Was soll das? Ah. Das ist so doof gemacht. Danke. 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 So. Die hätte ich nur holen können. Das ist so doof gemacht, dass das jedes Mal wieder rausgeschmissen wird. Ah. So. Ähm. Ne. Brionic. Oder den. Und ich bin den. Und ich bin den. Und ich bin den. So. Ähm. Ja ne. So. Ich werde gerne einmal die zerstört. was ist doof weißt du was knallhart selber hat er auch nix knallhart und bin ich da in diesem punkt ein intensives duell leute holen wir mal den hier bitte ich kann mich da holen na wahrscheinlich nur ich so eine deswegen ja soll das ok alles klar ja das war ein sehr cooles duell mir hat das sehr gefallen für euch auch und wir sehen uns das nächste mal wieder in Yu-Gi-Oh! Death Pool Death Pool